so eine nebelwand mal wieder das heißt wir sind in einem neuen gebietsabschnitt vorsicht links feind ja das ist eine gute warnung weil der hier ist recht garstig wenn man ihn nicht kennt da springt da eine blicht ziemlich flott an genau so wie der ist gerade übrigens im gegensatz zu dark souls 1 hat das 2 auch eine reichweiten effekt das heißt gerade mit stichwaffen oder auch mit schwertern wenn man gegner trifft die weiter entfernt sind macht man nicht mehr ganz so viel damage das heißt eigentlich ist es besser je näher der gegner ist wobei mit sperren ist es eigentlich besser auf distanz zu bleiben sonst würde man ja keine sperren benutzen so holzbolzen ok da ist wieder einer von den jungs und einer mit schwert und schild wobei die wirklich noch einigermaßen gehen die hüllen soldaten hier ist ein lebensstein haben wir auch schon 18 stück davon und hier kommt jetzt die biese stelle da hinten ist ein bogenschütze und da oben sehen wir einen feuerwerfer stehen das heißt wir gehen hier erstmal in deckung sprinten schnell schlagen den weg rollen vor dem weg der hier ist nämlich auch noch da so und hier kommt zum ersten mal wurfmesser zum einsatz um den da nämlich weg zu schlagen also von der plattform runter zu bringen ok hier ist noch ein bogenschütze an den kommen wir allerdings leider nicht dran von hier aus außer wir töten ihn mit wurfmesser so ein faustschild ich gehe mal hier in deckung dann kann ich mal das faustschild ausrüsten gegenstand kam in den aktuellen attributen nicht benutzt werden weil es auch 13 stärke braucht 13 geschickt braucht so ich könnte den ob es das war ein lebensstein aber egal nicht direkt in den kopf das tut weh stört einfach so nervt mich nicht mehr okay wir können jetzt hier hoch wird es übrigens freundlich hier kommt nämlich gleich um eine um die ecke gerannt genau der so zauber und und ja da drin da gehen wir jetzt nicht nachher hin ich will nämlich erst mal hier runter hier ist nämlich ein optionaler bereich also dadurch die tür würden wir weiter kommen versucht sturzangriff so den gibt es nämlich auch noch aus dark souls 1 auch wenn man hier nicht allzu oft bei bossen benutzen wird anders als in dark souls 1 wo man ja den zweiten post mit solchen sturzangriffen besiegt hat so da wäre der weg zurück den gehen wir nachher ich will erst mal hier rüber hier opfen und das menschenbild einsacken und dann wird es ab hier etwas lustiger also erstmal in hier ausschalten genau man sieht sie nämlich schon von hier aus da den hulk turtle zudem wollen wir hin und hier patrouillieren noch jede menge hüllen bzw sie latschen halt einfach ziellos umher dann sehen sie mich und wollen an meine seelen ran das lassen wir allerdings nicht so auch da hat mich noch einer entdeckt so die mit den dolchen sind eigentlich am harmlosesten wenn sie nicht gerade ordentlich rumspacken dort können die nämlich so zwei will ich eigentlich nicht anlocken aber der eine ist war noch unentschlossen jetzt ist das nicht mehr so der hulk turtle das sind nicht gerade die freundlichsten gegner vor allem wenn sie einen entdecken da gibt es nämlich nur eine strategie einmal hingehen und zuhauen und wenn er das macht schnell wegrollen das ist nämlich seine mieseste attacke wow wow ja die geht die macht nur mächtig aua wenn sie einen erwischt und wir haben sogar einen helm von ihm wenn ich gerade richtig gesehen habe äh nein weiter auf dem schwert bleiben und hier hinten den gegenstand einsacken jo der hier der also der hulk turtle hier gerade eben taucht normalerweise hier noch nicht auf der taucht erst ein bisschen später auf also im alten dark so im original dark souls 2 im original dark souls 2 war die stelle hier ziemlich mies hier sind nämlich von hinten einfach mal drei hüllen dann von da oben runter gesprungen da im volle den rücken gefallen in dem engen raum die kommen jetzt allerdings nicht mehr was gleich geblieben ist ist der flammenspucker hier den kann man allerdings getrost ignorieren weil er hat immer dasselbe spuckmuster solange man ihn nicht angreift wow man sollte es trotzdem nicht mit ihm verscherzen ja wir haben ein flammen lang schwert gefunden das wir immer auch noch nicht benutzen können weil wir dafür auch mehr geschickt bräuchten wie viel geschickt habe ich denn acht also einen punkten geschickt dann könnte ich genau ins feuer rennen weil ich unachtsam bin einmal kurz heilstein den flakon würde ich mir nämlich gerne für ihn hier aufheben wow genau er macht nämlich erstmal das hier so dann können wir mal ordentlich auf ihn einhauen bis er wieder aufsteht oh genau schlag so so damit wäre der auch aus dem weg ich kann hier das fußsoldatenschild einsammeln wenn ich euch vergewissern dass es ruhig ist kann ich das benutzen ja das könnte ich benutzen auch wenn das nicht gerade sonderlich stark ist das schild und seltsam aussieht ne ich will jetzt lieber hier drüben an den gegenstand ran wow vorsichtig vier prismasteine sind nicht schlecht und dann kann ich einfach mich hier wieder runter fallen lassen und kann da drüben die leiter hoch wieder an den anfangspunkt und ja das gebiet hier war vollkommen optional es hat halt gut seelen gegeben ein paar gegenstände hier an das gefunkel kommen wir übrigens nicht ran da kommen wir nur von da hinten aus ran von diesem komischen baum den man da sehen kann aus kommen wir an den gegenstand das heißt wir können jetzt in aller ruhe hier wieder hoch weil hier alles tot ist ja nichts nicht alles tot könnten wir es nochmal töten um noch mehr seelen zu bekommen aber ich öffne jetzt einfach hier die tür denn dahinter ist schon das zweite leuchtfeuer in diesem gebiet so an dem rasten wir weil unser schwert war ziemlich kaputt also wenn man da unten auf die anzeige achtet unter dem schwert ist ein roter balken das ist die haltbarkeit des schwerts und hier wäre jemand den wir beschwören können gut hier ist eine neue händlerin nette Art hallo zu sagen komm jetzt helfe eine alte Frau und geh etwas hier 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 eine alte hexe mit der können wir erstmal reden ich habe eine kleine hier die 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 who der die 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 Du musst es sehen. Es hat nämlich sehr viel mit der Story zu tun, auch wenn es jetzt am Anfang nur angekratzt wird. Es scheint, dass die Kriege nie enden würden. Ich habe mir nicht mehr einen Platz zu schlafen. Das ist das, was ich alles mit mir behalten würde. Du kannst Nachts reisen, aber ich denke, dass du einen Verdau von deinem. Ja, in der Tat. Ja, also ja, den Baum, den wir da hinten gesehen haben, wo ich gerade gemeint habe, da kommen wir später erst hin. Das war wohl mal ein alter Riese. Ein Schnäppchen für mich. Ja, und mir hat sie nichts zu sagen. Gut, dann gucken wir uns mal an, was sie zum Verkaufen hat. Zerbrochen ist gerade das Schwert, davon haben wir schon zwei Stück. Handexte, Keulen, Zestus. Für die Keule haben wir nicht genug Stärke. Dann verkauft sie das ganze Wandelhindler-Set, also das, was der Forscher anfangs hätte tragen können. Und dazu können wir mal anschauen, was die so machen. Genau, der Hut erhöht das Auffinden von Objekten. Also erhöht die Drop-Chance. Ein von den Händlern aus Lanna 4 getragener Mantel. Der Adel steht normalerweise für Stärke. Doch in Lanna 4... Der Adler, also nicht der Adel. Doch in Lanna 4 symbolisiert Erreichtum. Lanna 4 ist das entfernteste Land im Süden. Es verfolgt eine Politik der Abgeschehenheit. Weil es noch mal im Besuchhaus Lanna 4 vorbeischaut, ist sie stets ein wenig seltsam. Ja, genau. Das andere steht wirklich immer nur dasselbe. Nur hier steht halt, das Tragen verbessert das Finden von Objekten. Äh, nein, wir wollten noch hier rein. Denn hier sind die guten Sachen. Also erstmal Leuchtkäfer, das sind DSC-Gegenstände. Und der Duftzweig, der ist ganz nett zu haben. Genauso wie der Wahrheitsverkünder später. Aber als erstes möchte ich die Schlüssel hier. Das ist nämlich Lady Grass' Schlüssel. Öffnet Schmied Lady Grass' Laden in Majula. Also das ist der grumpige Schmied, der sich ausgesperrt hat. Deswegen nehmen wir das Ganze mal. Und eine Feuerbombe hätte ich auch gerne. Die brauche ich später, nämlich an einer gewissen Stelle.